Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal sofort und gleich. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und heute gucken wir uns mal den Itemshop an vom 30.06. schon. Ach, du heilige. So, wir haben heute erstmal einen neuen Skin und zwar den Rauchzu, den gucken wir uns allerdings später an. Geil, war auch wieder zu sehen auf dem Sonnenbad-Bildschirm. Da ist übrigens der Waschbett 2.0. Aha. Da haben wir jetzt, also wir fangen erstmal auf der rechten Seite an mit dem Tagtraum. Ja, das Ding kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10? Ja. Von mir kriegt das Ding, ja, sagen wir mal 8 von 10. So, der Tagtraum. Der Daydream hat eine Benotung von 3,6125 bei 36 Worts und das war am 14. Februar 2019. So, wir sind seit dem 4x80 Reminders. Okay. Elektroswing. Für 500 V-Bugs, der Elektroswing. Mega cooles Teil, kriegt von mir 10 von 10. Von mir kriegt es auch 10 von 10. 4,685 bei 121 Worts zum ersten Mal am 22. Oktober 2008 am Shop gewesen, ist die beste Benotung, oder? Bei so vielen Worts? Ziemlich. 12 Mal am Shop und 545 Reminders. Krass. Für die Leute, die nicht wissen, was die Reminders sind, es geht einfach nur darum, dass die Leute sich hier informieren lassen können, wenn die Skins wieder reinkommen. Das heißt, sie haben zumindest Interesse daran, das Ding eventuell irgendwann zu kaufen. Deswegen setzen sie einen Reminder. In der Waschbär. In der Waschbär. In der Waschbär. So, Eisbrecher für 500 V-Bugs. Eisbrecher. Der Eisbrecher ist eine Standardpicke. Ist ein Klassiker, der schon geschätzte hundertmal im Shop war. Kriegt von mir 6 von 10. Von mir? 8 von 10. 3,985 bei 64, bei 44 Worts zum ersten Mal am 16. Januar 2008 am Shop gewesen, sei 33 mal und 101 Reminder. 101 Reminders. So. Waffenexperte. Waffenexperte, Munitionsexperte, kriegt von mir 4 von 10. Ich finde die nicht gut. 4 von 10. Ja. Von mir kriegt Waffenexperte. Ich weiß, das Ding ist mega beliebt. Ich weiß. Da werden jetzt auch wieder einige so, oh Gott, zu weniger. Ich mag es nicht. Von mir kriegt die, sagen wir mal, 2 von 10. 3,72 von 5, bei 74 Worts zum ersten Mal am 7. November 2017 im Shop gewesen, seit dem 36 mal und 55 Reminders. Box und Stopp. Finde ich schon ein bisschen cooler. Wibbleich kriegt von mir 7 von 10. Von mir kriegt das 9 von 10. 3,935 bei 61 Worts zum ersten Mal am 3. April 2018 im Shop gewesen, seit dem 27 mal und 85 Reminders. Jan, Tipos. Tipos, Klassiker, mega geil. Sieht man hier halt jetzt nicht, dass er einschläft. Schon. Wo dann? Macht ihr die Augen zu? Nee, aber. Siehst du ja nicht. Tipos, Klassiker, mega geil. So, Tipos, Klassiker, mega geil. Tipos, Klassiker, mega geil. Von mir auch. 4,58 von 5, bei 57 Worts zum ersten Mal am 7. Oktober 2018 im Shop gewesen, seit dem 10 mal und 364 Reminders. Viel. So, dann kommen wir zum Doggo. Ja, 6 von 10. 6 von 10. Von mir kriegt der Doggo 5 von 10. 3,315 bei 52 Worts zum ersten Mal am 26. Mai 2019 im Shop gewesen, seit dem 3 mal, 3 mal nur und 31 Reminders. Ja, war noch nicht oft. Kaug noch und Kaug noch und 5 von 10. 5 von 10. Von mir kriegt Kaug noch ein, ja, 3 von 10. 2,735 bei 15 Worts zum ersten Mal am 26. Mai 2019 im Shop gewesen, seit dem 3 mal und 2 mal. 4 von 10. Von mir kriegt's 6 von 10. 2,58 bei 12 Worts zum ersten Mal am 26. Mai 2019 im Shop gewesen, seit dem 3 mal und 6 Reminders. Also ich habe irgendwie das Gefühl, die letzten, also oft wird bei den neuen Skins sehr schlecht bewertet. Hier Bigfoot genauso. Hatte ich ja gestern schon vorgestellt, deswegen guckt oben in die rechte Ecke, wenn es euch interessiert, wie ist es bewertet, der Herr sofort kann ja jetzt auch nochmal an seine Bewertung davon abgeben. Ja, 2 von 10. 2 von 10. 1,73 von 5 bei 22 Worts zum ersten Mal am gestern im Shop gewesen, seit dem 2 mal und 6. Mai 2019. Ist noch weiter runtergegangen. Lustiges Lager. Ja. Jetzt guckt doch mal, guck mal da oben rein, sieht doch aus als wenn das Hähnchen, oder? Schweine. Schweine. Es soll Kissen sein. Kissen. Sieht aus wie Schweine. Gut. Ja, kriegt von mir 5 von 10. 3,255 bei 10 Worts zum ersten Mal am gestern im Shop gewesen und 4 Reminders. dann kommen wir zum 90-Games. Zum 90-Games. Der Raubzug. Ja. Dreh den erstmal bitte nach vorne, dass man den mal sehen kann. Ja, den finde ich, ich finde den richtig cool. Welche auch? Leider auch wieder nicht auf der Map gefunden. 5 Matches gemacht, nicht gefunden, warum auch immer. Ähm, Raubzug für 1200 V-Bucks, ich finde den mega cool, kriegt von mir 8 von 10. Von mir kriegt er, ja, von mir kriegt er, äh, 9 von 10. 4 von 5 bei 3 Worts und 15 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, schreibt es in den Kommentar, und den Kanal schreibt es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.